Seid gegrüßt meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ecklaude zu einem neuen Part der Villager View. Ja, ich bin mal wieder auf dem spannendsten Game, das es überhaupt im Internet gibt. Ich spiele als erstes hier mal als Zwerion Fürst LP und werde dann heute mal ein paar Skins ausprobieren. Ein paar öffentliche Skins, die es hier gibt. Und ja, würde ich mal sagen, los geht's erstmal mit der ersten Runde als Zwergen Fürst LP. Mal sehen, wie lange ich hier aushalte. Ich bin aus der Übung gekommen, weil ich das hier wirklich nicht spiele. Ach du Scheiße, ich werde hier von Phoebe verfolgt. Ja, ich kann russische Buchstaben lesen. Ha, ich hab russisch in der Schule, siehst du mal. Au kacke, Phoebe, hau ab, hau ab Phoebe, hau ab Phoebe, aus, 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 ach scheiße. Die wird noch größer. Sind hier nur Russen da oder gibt's auch wen anders hier? Ein Black Muslim ist hier auch noch da. Guten Tag. Und der schwarze Muslime. Jo, nicht viel los hier. Na doch schon irgendwie, aber so von Action ist nicht viel los hier. Na jo. Ist halt nicht Pokémon Y oder Star Wars das Erwachen der Macht. Ja, falls ihr's noch nicht gesehen habt, habt heute kam ein neuer Part Star Wars das Erwachen der Macht raus. War toll mal wieder Star Wars das Erwachen der Macht zugespielt zu haben. Jo, zieht es euch rein. Link dazu in der Infobox. Donald Trump, ich krieg dich. Aaaaah. Genauer gesagt, er kriegt mich. Jut. Ähm. Machen wir mal ein bisschen Musik an. Jut. Weiter geht's. Jetzt werden wir aus LP. Musik von B2i gibt's in der Videobeschreibung. Damit das Ganze hier ein bisschen spannender wird. Links in der Videobeschreibung. Jo. Oh. The best. Tja. The Best. Wow. Ist ziemlich groß. Sah nur so klein aus. Ein W-Team. XXX. Ich krieg's. Genau. Yay. Hey! Ich krieg euch alle! Was ist mit der Musik? Oh Herr! Satan is love? Oh shit! Donald Trump! Ein trauriger Smiley! Ich fress dich auf Donald Trump! Komm her, komm her, komm her! Oh, eine blaue Kugel! Geile Musik oder was? Speed Team! Hashtag, Hashtag, Hashtag! Oh Herr, hier ist der Bildschirmzene! Klatsch! Satan is love! Was geht bei dir krank, Junge? Satan is love! Junge! Hier ist ein Satan, Vergütterer! Ich meine, ich bin jetzt nicht großartig religiös oder streng katholisch oder streng christisch, dass ich sagen würde, ja... An Religionen sind scheiße oder so? Ja, das ist jetzt nicht falsch verstehen, an Religionen sagen nicht... Der Katholizismus sagt nicht an Religionen sind scheiße, aber... Hallo! Ja, ich will jetzt auch nicht den Satanismus verurteilen, aber... Leute! Leute! Ich werd's nicht sagen, aber... Leute! Ihr wisst, was ich sagen will! Satan ist nicht Liebe! Auf keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Gut, ich wollte ja noch ein paar Skins ausprobieren! Ähm... Okay, ähm... Okay... Nehmen wir mal... Nehmen wir mal... Yay! Super! YouTube Germany! Bist du unterwegs? Naja... Gut... Es war nur durch den Zwergenflurst, aber... Jumbo Team! Jumbo Team! I'm broke! Ah, das ist noch... You are broke! It's clear! My English is not the best! My English is not the best! Why I speak English? I'm Germany! You are! I'm broke! Du bist jetzt in deinem Video! Du bist jetzt in deinem Video! Von Germany verfolgt! Tja! Das ist wieder ein broke! So wird jetzt der Star des Videos! M&M! 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 Okay! Pikachu! Setz doch mal Blitz ein! Und schnapp sie dir! Ja, du bist immer noch broke! Oh! 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 Ganz für kleine Bunke Pinchen... für Germany! 10 Punkte für Germany! 10 Points für Germany! Pikachu! Piiiikaa-chuuu! Pärmehär! Und dann mal jetzt! Dagnarzt! A-au-au! 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 Au-au-au-au! Ich bin Deutschland! Ich bin Deutschland! Und dann nur, dassi es weiss. Jesus is loved! Ah, schon eher als Satan, also... Ja. Bist du mal noch? Broke? Ich schwem. Brother Himbe. What the fuck? Was ist das? Wow. Jesus ist laufend was da. Gentony. Oh, der ist der Beste. Oh, oh. Ich hab den Champ. Ich hab den Champ. Ich hab den Champ. Oh, der Champ unterstützt mich. Geil. Der Champ unterstützt mich. Danke Gentony. Danke Gentony. Danke Gentony. Props an dich. Gentony. Gentony man vorhanden. Simon Kahn. Yay. Oh, oh. Ach, hello. 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 Ha, kannst du mich nicht fressen. Feet is team. Chuck Norris. Das Chuck Norris. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, er kommt. Irgend frisst mich. Tja, dann würd ich mal sagen, dann würd ich mal sagen, was das auch für diesen Part Agario. Ja, viele Skins habe ich nicht geschafft, um genau zu sein, einen. Ich hoffe euch hat es ein bisschen gefallen, wie ich hier Agario gespielt habe. Ja, dann hoffe ich, ihr seid nächsten Samstag wieder dabei, wenn es wieder ein spannendes Online-Game oder alternativ ein Vlog von mir gibt. Ja, dann würde ich sagen, bis Mittwoch, da kommt dann von mir wieder der Hobbit Lego, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, nee, halt, Sonntag kommt, Sonntag kommt, hier, Pokémon Y. Es kommt jeden Sonntag, habe ich mir so gedacht, weil ich muss das schaffen, bis zum Release von Pokémon Sonne. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr noch ein Video, also noch ein Agario Video von mir sehen wollt, Joa, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch, ja, ein Däumchen mehr, ein Träumchen, unterstützt mich immer sehr. Gut, dann würd ich mal sagen, habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja, kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Ja, bis denne und ciao, ciao, adios, haut ranne. Ja, bis denne und ciao, ciao, ciao. Ja, bis denne und ciao, ciao, ciao. Ja, bis denne und ciao. Ja, bis denne und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020